Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Smite. Heute hoffentlich endlich mal eine Folge, die funktioniert. A vom Kampf her und B von der Tonaufnahme her. Ansonsten werde ich sie eh nicht hochladen. Also vergesst den letzten Satz. Freut euch auf eine schöne kleine Runde mit Herkules und mit Gegnern, die allesamt einen Skin haben und allesamt mindestens Level 3 sind, wenn hier nur Noobs unterwegs sind. Wird schon schön. Vor allen Dingen haben die auch eine coolere Meta, weil Hades als Tank am Start und ich bin halt unser Tank, so off Tank. Ihr wisst schon, ein Herkules halt. Zudem freue ich mich recht herzlich über die ganzen Ideen, die ihr so genannt habt, was eben die zweite Season angeht. Community Games war so das eine Thema, was da am häufigsten kam. Ja, dann im grünen halt. Äh, tendenziell sehr gerne. Muss nur dazu sagen, das würde ich sowieso gerne viel häufiger machen, unabhängig davon. Also ich bin meistens so am Nachmittag unterwegs in Smite am Zocken und ich würde mich jedes Mal freuen, wenn irgendwie mal einer mit dabei ist, um Gottes Willen. Da habe ich jetzt gerade wirklich im Moment nicht aufgepasst. Was wollte ich gesagt haben? Ja, die zweite Staffel wird nochmal ein bisschen was anderes dann beinhalten, würde ich fast sagen. Beziehungsweise will ich euch schon mal als Info geben. Haaaah. Ich habe auch extrem lange nicht gespielt, um super ernst zu sein, ehrlich zu sein. Attack, attack. Du bist ja witzig. Wen sollen wir denn attackieren? Boom. Wer ist er? Das war aber auch höllendämlich von dem Typen. Wieso hat denn der da uns alle auf einmal attackiert? Was ist er denn für ein Spacko? Und ich erinnere mich, die 2-1er-Kombi muss ich fahren. Mit Herky-Durky. Wow. Okay. Äh. Trifft das? Geht das soweit? LOL. Tut's nicht. So ein Scheißdreck. Na gut, dann retreaten wir wirklich mal. Primär, weil wir unfassbar langsam sind. Ohne Schuhe nix los hier. Hier. Einmal das, einmal das. Und das ist, naja, immer noch nicht furchtbar schnell, aber schon mal etwas geiler als das davor. Schade, dass die sich da wegportet. Oh, mag er. Gerade auf dich habe ich keinen Bock. Alle anderen okay, aber gerade auf dich habe ich keinen Bock. Oh, blöder Penner. So, holt ihn euch. Sehr gut. Ach, ich liebe Herk. Er ist einfach gut, ey. Er ist so super gut. Es ist so funny mit dem Typen. Und später, wenn wir dann noch tankies Fuck sind, wird's nur noch lustiger. Weil so müssen wir zumindest etwas vorsichtig sein. Nicht, dass die uns dann auf einmal zu viert überwältigen und kaputt kloppen. Aber wenn wir dann später so Geierstein haben und so ein Scheißdreck, das wäre super gut. Ah, Penner. Das hat er. Antizipiert hat er das. Ah. Ich überlege gerade die Kali als Alternativziel. Okay. Kriegen wir hin mit der Tag. Alle mal weg hier. Von unseren Damage-Dealern. Und der Hardestow. Alter. Ich habe halt einfach gar keinen Mana. Boah, kloppt sie doch kaputt. Ach, du ahnst es nicht. Na gut. Wir sind der Einzige, der noch lebt und werden gerade verfolgt. Wie blöde. Erwischt haben sie uns nicht. Blöderweise werden jetzt sicherlich Minions durchkommen. Mal ganz davon ab, dass die natürlich Kills ohne Ende gemacht haben, die Spackos. Oh, so ein Mist. Lief scheiße. Kann ich gar nicht anders sagen. Hm. Solange die nicht vollständig sind, ne? Ah. Oh, dieser Drecksack. Was war das denn? Warum habe ich sie nicht erwischt? So ein hässlicher, failiger Scheiß. So, die Ulti wäre ready. Oh, und der Cooldown macht mich ja mal richtig fertig. Ja, Immun. Na, sicher. Oh, Mann. Da bin ich auch irgendwie durchgef- Alter, das gibt's doch gar nicht. Zack. Dead car, Estow. Scheißegal. Kill wollte ich haben. Den habe ich bekommen. Und wir stehen 1,03. Das ist voll in Ordnung. Alter. Ey, da musst du aber auch genau in dem Feld drin sein. Zum Kotzen. Ah, Jutons Zorn brauche ich ganz, ganz dringend. Sonst komme ich ja auf keinen grünen Ast. Er wartet noch eine Sekunde. Aber Herkules ist mega funny zu spielen. Also den habe ich echt gerne als Char. Mal ein bisschen gepinkt hier. Man möge sich auch mal etwas um die Minions kümmern. Nicht im Sinne von, man zieht sie zu sich her, so wie ich es gerade getan habe. Sondern töten. Genau so, Jungs und Mädels. Man weiß es ja nicht. Da waren 94 zu 394. Das ist ja mal was. Sehr ausgeglichenes Match bisher. Gegner haben sogar einen Kill mehr. Und richtig, wir haben Apoage. So, einmal draufkloppen auf die Alte hier. Oh, hey Bro. Ich weiß nicht. Das ist etwas gefährlich, was du da planst. Und ich habe halt ziemlich Angst vor dem Late Game. Er ist tot. Er ist so fucking tot. Wenn die Kombi sitzt, ey, dann sind die einfach tot. Und meistens haben sie auch keine Zeit zu reagieren. Und deswegen liebe ich Herkules so sehr. Das ist übertrieben witzig, der Typ. Braucht vielleicht minimal Skill. Aber ihr seht schon, wenn selbst ich das hinkriege. So, wen wollen wir als nächstes? Guck, wo kamen wir natürlich immer ganz geil. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, Gott. Wollte ich gerade die Ulti schmeißen, ey. Saugeil, ey. Da haben wir halt auch null Unterstützung bekommen, der Thanatos und ich. Ah, fuck it. Und dafür bin ich dann halt doch noch lange nicht tanky genug. Sehr schön. Hey, Bro hat ein bisschen was gerissen. Alter. Ja, kannst du mega knicken. Da wollte ich noch helfen, aber pfff. Viel zu weit weg, die ganzen Peoples. Jaja, ich sehe das schon. Hat er genau auf mich gezielt, der Penner. So, wo sind unsere Leute? Größtenteils noch in der Base. Einmal mit Profis, ey. So. Der Einzige, der einigermaßen low ist, ist Hades. Und es wäre natürlich dumm, den Tank sich jetzt ranzuziehen. Komm, egal. Oh. Treff ja eh nicht. Oh, scheiße. Wow. Oh, wow. Wie witzig war das denn bitte? Das sind mal wieder die scheiß Cooldowns. Oh. Alter, geh weg. So, 2-1 immerhin. Oh, ja. Die Ult. Alter Schwede. Die hat mich auch fast erwischt. Geh einfach weg da. Oh, Gott. Oh, und der Hades schon wieder. Okay, er ist natürlich Tank, ne? Keine Frage. Aber man ist halt Tank und Aggro und Tank und so mega hyper aggro wie der Typ da gerade. Wow. Damn Healings. Ja, schön gelurt. Aber das ist ein bisschen sehr wenig, was mich das dann heilt. Oh, endlich Jutons Zorn. Und jetzt gilt es natürlich, uns Tankiest Fuck zu machen. Oh, Mann. Ich merke das jetzt erst. Die haben 4 Kills mehr. So ein Scheißdreck. Der Hu Yi wäre ein leichtes Opfer. Wenn da jetzt nicht die Kavallerie käme in Form von Chang'e und Hades. Nervensägen. Wow. Viel zu viele Gegner. Jungle Buff, ey. Wen juckt denn da der Jungle Buff? In der Mitte sind wir gerade maßlos überfordert. Aber ich wusste von vornherein. Die haben halt ein wesentlich höheres Level. Alle die Bank durch. Und die haben natürlich auch Skin Power. Darf man ja auch nicht unterschätzen. Au. Alter. Ist das euer Scheißernst? Wow. Junge. Ah, schade. Ich wollte ihn in den Tower Range ziehen. Sehr blöd. Naja, gut. Passiert. Und schon wieder Minions. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, klasse, ey, Leute. Echt super gut, was ihr hier gerade macht. Oh, die Chang'e nervt mich auch so, Hölle. Holt ihn euch, holt ihn. Oh, holt ihn euch doch. Das kann's nicht sein. Dass der Hui so lowlife da rauskommt. Kann es echt nicht sein. Oh, Gott. Holt ihn doch. Kill ihn doch. Medusa, really? Ey, du ahnst es nicht. Was hat die denn da gemacht? Um Gottes Willen. Da habe ich mich eins zu eins auf sie verlassen. Und dann passiert sowas. Och, leck mich. Und ich glaube, Hades hat das sogar noch überlebt, ne? Oh, wow. Geh weg, Junge. Auf dich habe ich im One-on-One definitiv keinen Bock mehr. Und ich bin hier permanent One-on-One. Weil die anderen machen ja eh nichts. Wow. Da hat er aber mega gefressen, der Junge. Oh, Shitte, ey. Also, im Fliehen sind die mega gut. Da kriegst du nichts gebacken. Der strategische Rückzug ist deren größte Waffe. Aber das andere so playtechnisch geht. Mal davon ab, dass sie besser spielen als wir. Oh, und alle sind wieder full, ey. Das kann es nicht sein. Hades ultet gleich. Yo. Dann ult ich auch mal rein. Ah, toll. Macht sie bitte kaputt. Oh, die haben auch so viele Fleece einfach mal. Ja, klar. Ah. Yo. Und dann kommen sie wieder alle. Ist das eigentlich euer scheiß Ernst? Ey, das kann es nicht sein. Wirklich, ich schiebe ja sonst. Das wisst ihr ja. Ungerne die Schuld aufs Team. Aber die spielen einfach wie die letzten. Wie die allerletzten Naps. Eklig. Ich brauche den Titanflug. Sonst kann ich gegen Hades nichts ausrichten. Boah, ich wollte gerade sagen. Ey, ihn brauche ich. Alter, das kann es nicht sein. Oh, shit. Aber guck mal. Er macht mir halt einfach mal gar kein Damage, ne? Wo ist sie denn? Da. Und sie wurde gehealt. Ey, klasse. Weg damit. Wow. Wow. Einfach nur weg hier. Und meine Healings sind zu OP. Keine Chance, ey. So ein Herkules kriegst du einfach nicht down. Der Hammer. Äh, was wollte ich als nächstes? Genau. Titanenflug? Zu zweit, weißt du? Geultet hat er mich, der Hui. Die kriegen das nicht hin. Oh, Mann. Da. Haben wir ihn uns gejagst. Yo. Und kriegen nur wieder alle Ults auf die Fresse. Oh, das gibt's nicht. Wenn meine Ult doch nur ready gewesen wäre. Oh, eine super zähe Runde einfach nur gerade hier. Ja, ja. Geh weg. War klar. Kleine Healing zwischendurch. Da machst du nicht. Da machst du nichts, ey. Wenn wir hier nicht konzentriert auf einen Feind drauf gehen, machst du einfach nichts. Das war auch ein bisschen dumm von ihr, um ehrlich zu sein. Oh, der Kukul, ne? Der dreht voll durch. Und die Chang'e. Auch. Holt ihn euch doch. Ernsthaft jetzt. Was? Hab ich über ihn geschossen? Oder was war da das Problem? Und wie er mal geheilt wird von der Chang'e. Ey, das ist OPS. Fuck. Zieh dich, Alter. Sehr gut. Oh, Titanfluch. Endlich fertig. Das nächste Item muss irgendwas sein, was Kukulkan auffällt. Wobei, ey. Hier stehen ja fast doppelt so viele Minions wie wir noch, ne? Das ist so schlecht. Guck, wie viel Damage wir drücken, ey. Mit einem normalen Schlag. Und das als halber Tank. Boah, Chang'e probiert das immer wieder bei uns, ne? Wow. Ich glaub, die haben auch alle keine Beats, ne? Ey, scheiß doch die Henne an, Mann. Warum freut er sich denn da so? Ah, verstehe. Das macht natürlich absolut Sinn. Na, wen wolltet ihr denn da abgreifen, ihr kleinen Spackos? Oh ja. Jetzt haben sie mich auch. Ah ja. Jetzt flamen sie rum, die Kiddies. Was auch immer das heißen soll. Wir gucken uns mal die Statistiken an. Apuash, 2-8. Thanatos, 1-9. Oh, Mann. That feed. So bitterlich böse einfach nur. Und jetzt hab ich Bock auf Blut, ey. Den ein oder anderen will ich mir jetzt nochmal juxten. Gerne dich. Du kleiner Spacko. Wow. Okay, dann gehen wir halt auf den Tank. Wenn alles andere nicht hilft, dann gehen wir halt auf den Tank. Oh, und er heilt sich jetzt halt mittlerweile so heftig hoch. Boah. Ey, ihr seid so ne Lappen. Ja, die Ulti von ihr, ey. Nope. Das war mit die schlechteste Runde, die ich halt einfach mal je hatte. Das war einfach nur kümmerlich. Und ich werd gleich einfach mal alle Naps blockieren, die ich hatte im Team. Weil das ist... Ah. Das regt halt einfach auf. Naja, das war ja nur die vorletzte Folge, glaub ich. Und nicht die letzte. Also passt das schon und bis denn, haut rein!